Wolfgang Schleif war ein deutscher Filmeditor, Filmregisseur und Drehbuchautor. Er studierte an der Universität Leipzig Philosophie, Pädagogik und Psychologie. 1934 absolvierte er das Staatsexamen für das Lehramt an der Volksschule. Doch dann nahm er Unterricht an der Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin, wo er sich im Regiefach ausbilden ließ. Ab 1935 arbeitete er beim Film, seit 1938 als Regieassistent, seit 1939 als Drehbuchautor und schließlich als Cutter. Unter anderem schnitt er die Propagandafilme Jut, Süß und Kohlberg. Dennoch wurde Schleif 1947 von der DEFH übernommen. 1948 führte er in der antikapitalistischen Produktion Grubel Morgenrote erstmals Regie. 1949 folgte die Filmbiografie von Johann Friedrich Böttger Die Blauen Schwerter, nach dem 17. Juni 1953 ging Schleif nach Westdeutschland. Mit dem Kinder- und Heimatfilm Die Mädels vom Imenhof gelang ihm 1955 ein außerordentlicher Erfolg, der seine Arbeit aber auch für Jahre auf die Inszenierung von derartigen Stoffen festlegte. Er drehte mehrere Schlagerfilme mit Freddie Quinn im Mittelpunkt, aber auch Kriegsfilme wie Rommelruf, Kairo und Kriminalfilme wie Der Rote Rausch sowie Anfang der 1970er Jahre Die Imenhof-Nachzügler, Die Zwillinge vom Imenhof und Frühling auf Imenhof. Seit Mitte der 1960er Jahre arbeitete Schleif intensiv für das Fernsehen. Er führte oft bei Serien und mehr Teilern Regie, insbesondere bei dem Fünfteiler Bürgerkrieg in Russland. Er wurde auf dem Waldfriedhof Dahlem beerdigt. Filmografie 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 Filmografie